Ja, mein Name ist Ira Melaschuk von Melaschuk Medien und ich bin im Schwerpunkt Systemauswahlberaterin für webbasierte Marketingportalsysteme und begleite die Unternehmen von der Anforderungsanalyse bis hin zur Systembewertung oder übernehme auch die Projektbegleitung. Ja, mein Vortrag heißt Kostensparende Multichannel Publishing, das heißt ich zeige auf, ob und inwieweit Zeit und Kosten gespart werden können bei verschiedenen Medienproduktionsprozessen. Das zeige ich auf anhand von drei Fallbeispielen, dokumentbasiertes Übersetzungsmanagement, dann durch den Einsatz von Marketingportalen und betrachte Print- und Layoutprozesse mit und ohne Datenbankintegration. Ja, ich war schon ein paar Mal bei den Print Days, freue mich natürlich besonders, dass es jetzt nach langer Zeit wieder stattfinden konnte. Man hat einfach eine, es ist eine super Möglichkeit, um zu netzwerken, neue Kontakte zu knüpfen und eben bestehende auch wieder durch den persönlichen Austausch zu vertiefen.